Ich guck mich auch. Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zur diesjährigen Daumenkampf-Weltmeisterschaft. Auf meiner linken, aus der Schweiz angereist, Adi Totoro. Auf meiner rechten, Kevin aus Berlin angereist. Digga, du bist eigentlich Totoro. Bin ich fertig werden? Was machst du hier, Bruder? Bin ich fertig werden? Oh, sorry. Okay. Auf? Ja. Bin fertig, bin fertig. Auf drei geht's los. Let's get ready to rumble. Bist du ready? Ja. Die Kandidaten machen sich fertig. Machen wir den noch? Sag du den Spruch, sag du den Spruch. Let's get ready to rumble. Drei, zwei, eins, go. Okay. Große Spannung. Und? Und? Fuck! Ja! 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 Der war! Der war! Der war! Der war! Der war! Wir haben einen Gewinner. Ladies and Gentlemen. Aus Berlin. Wunderbar! Das ist krankescheiße, Leute. Ganz kurz. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wow! Ihr habt hier einen Weltmeister. Danke! Tschüss! Ciao, ciao! Viel Erfolg noch! Das ist krankescheiße, Jungs. Das wisst ihr, ne? Tschüss! Ciao, ciao!